so okay Stoffballen und so einen Scheiß haben wir jetzt genug sieht so aus als wäre es das gewesen gut dann reden zu Humankind erstmal alles ausräumen natürlich Apple Rat der Genie und Untersetzer und die Fernbedienung in der Schublade okay 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 QL das gucken wir uns natürlich gleich mal an begiblichen Keilszimmer zuerst verkorkte Furzmogflasche nice Wiederbelebungsserum nice cheesy poof Snackküchelchen Kaffeefilter und Schachtel mit Dünsch Ah guck mal das ist seine Base da kann er landen das ist die Landebahn cool cool und da auf dem Spielplatz hat er sich seinen Computer gebaut aus Pappe hammer geil QL hast fein gemacht sieht gut aus ist Eike ist Eike eigentlich auch hier irgendwo egal gehen wir mal zurück und kümmern uns mal um das Problem Problem in Anführungszeichen so schlimm kann es ja nicht sein hä du möchtest mich nicht in meinem Superhero-Kostum aber es ist ich Kyle ich weiß ich weiß ähm da hängt ein Bild von dir an der Wand überall guck mal QL bum die kanadische Prinzessin so wie es brauchen hey Eike hey Bastelpapier Macaroni awesome so Eike was geht was geht ich will auch mal du darfst nicht äh oh oh warte mal was zur Hölle Tweak und Craig dampfende Überraschung awesome ekelhaft die zwei obwohl eigentlich nicht irgendwie auch süß so äh Feuchttücher ah einen Abseilen darf ich natürlich nie vergessen Kunstsammler okay also es gibt mehrere von diesen Bildern geht's wieder ab so yeah Stammler Kaki Stammler Druck aufbaue gib ihm was ist das dein Ernst okay rausschütteln den Scheiß gib ihm na super geil äh zwei Löffel Voll Donner Pio Gefahren gut trifft dich mit Greg's Dad okay hey Kleiner du hast gerade ein Jolle Bild gefunden kannst du erkennst du den Ausdruck was das ging viel zu schnell ich muss nach Kunstar Gram warte mal lesen das hat er mir doch da geschrieben ne hey Kleiner du hast gerade ein Jaoi Bild gefunden kennst du den Ausdruck wir müssen schnellstmöglich reden das ist super wichtig Super Serial oh Gott hoffentlich ist der nicht auch wieder da alles klar gut schauen was hier geht Drogenflaschen wichtiger Gegenstand redigierte Yelp Bewertung auch Flyer Delfinoplastik Stoffballen okay okay und raus Humankite from another universe is behind this door I can't fight him for obvious reasons you know alternative universe paradox shit so you are going to have to take him out you gotta really kick his ass dude so that he wants to return back to his universe on the east coast you ready all right go get him on the east coast oh hey Kyle I'm big oh shit the humankite fly from an alternate universe what do you mean Kyle we're a team remember I'm not from another universe we're like best super pals as you can see he is the one running around giving the humankite a bad name he was sent here to destroy me and weaken my power no no I came to spend two weeks with my cousin and wanted to play superheroes and then he said okay what superhero do you want to be and I said I want to be humankite but he said you can't be humankite I humankite and I said well why can't we be humankites together so I went to aunt sheila and I said I want to be human kite together and she told him he had to do what I said because I kite more like prepare for battle weakling weakling we besiege den alternativen humankite okay oh I do boom boom bonafnet yeah okay I think my inner ear fluids have stabilized now that last hit didn't count right I'm undoing that damage okay Kyle what that wasn't too hard right I don't want to cause any permanent damage didn't your parents tell you not to play with fire because look what's happening now yeah you're burning I use my inhaler I think I called a time out and he didn't listen you know my asthma flares up when I exert myself I think this would be a lot more fair if I had a shield some kind of shield like a like to say for to rock which also has a great sentimental value yeah yeah what the fuck really really shut the fuck up really really oh jeez I didn't think I'd actually hit you jetzt aber oh er brennt gar nicht mehr na dann what opfer du hast gewonnen natürlich natürlich was lichtstussfaktor 50 sonnenmilch verbündeter freigeschaltet humankind light yeah ok man weist man self you know what of course so neuer follower kl awesome yeah great ok bye oh howdy hab ich schon geöffnet die kite basis ist fast fertig das wird super das glaube ich äh dö 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 galerie ah cool selfies 6 von 100% verbraucht hintergrund ah cool 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 man kann das ding komplett anpassen ok ähm was haben wir denn da noch cooles das ach wir lassen das erstmal so so werden wir später ein bisschen anpassen müssen dann gucken wir grad mal auf der karte äh da ist der randy was war denn hier mit der anderen quest ach so da war ich schon dran ne alles klar tool shed so was geht hier noch ganz da hinten geht es nicht weiter ok dann lonsen wir da nochmal auf die karte karte da ist sie warum ist die denn da hinten kann ich die eigentlich da wegbewegen die ketten von super craig super craig ähm ratloser randy ach so ja wir müssen zu super craig wo ist das tun as fuck c a f das ist hier und super craig ist direkt nebendran ja gut wir werden eh dran vorbeigekommen ja das bedeutet wir machen natürlich super craig wieder zur hauptmission so ach so kann ich das jetzt hier mal bewegen oder ne irgendwie nicht na gut das wäre halt zu easy gewesen ne kreditkartenangebot schrott ah das wollte ich gar nicht ah der reagiert gar nicht der randy reagiert gar nicht schien pokémon go strateg schien pokémon go strategiebuch wie geil ey du warst da eben ziemlich fies zu mir aber vermutlich tut es dir leid wann können wir wieder superhelden spielen well ql aus dem alternativ universum puh ok hier geht es weiter endlich south park south park look out but lord those are sixth graders they're the most vile evil beings known to superheros you guys are stupid everyone knows keefer's mom has the nicest boobs dude shut up about my mom's boobs bro why don't you make me sit face you guys want to go to the movies there might be some boobs in wonder woman movies are dumb let's go shoot some hoops basketball is stupid bro hey hey i know let's go beat up a squirrel dude we beat up a squirrel yester day bro you guys want to check out more of my sweet dance moves no you have sweet dance moves your mom said it right before she let me touch her boobs check this out pussies now watch this bro what fuck off was labert er was das denn leere flasche ok cool machen wir keine steinendran isn't that great aber so renne ich genau in die sechsklässler das wollen wir natürlich nicht da da nutze er nun um einen gegner anzuvisieren drücke y um einen furz ins gesicht zu werfen boom ok cool kampfvorteil ins gesicht gefurzt das können wir noch aus dem ersten game besiege Bartels ok mit humankind zusammen nice yeah justice justice for all i would say ok done äh eat this boom that's so oh feuchte footsie fuck it wenn du A während eines gegnerischen angriffs drückst füllt das deine ultimativ anzeige schneller und aktiviert deine gesundheits wiederherstellung ok ok drück jetzt armes auszuprobieren a little bit a little bit gross it is oh man ja der hat doch keine chance der arme sack danke dafür ok an den komme ich jetzt gerade mal nicht ran was ist das ziehe Verbündete in deine Nähe und heile sie ein ein und heile sie ist das ist das ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017